Ja, ich hab gewonnen. Ich nehm Jessica. Nabi. Ähm, 11 Euro. Lena. Ah, da füllt noch ein. Scheiß mir das Ding. Okay, das reicht. Ey, du kommst ja später rein. Du kommst gleich rein, okay? Gleich rein. Du kommst gleich rein. Wir lassen dich. Du kommst gleich rein, ja? Ja, das spielt. Komm, joholatullah. Los geht's. Hey, du kommst. Ich hab mal eine Frage. Ich bin eigentlich immer gemobbt und beleidigt und ehrlich gesagt, ich bin zu schwarz. Ich kann nichts machen. Kannst du dir was beibringen? Ja, klar. Komm mit. Ich zeig dir was. So. Hast du das schon mal gesehen? Nee. Also man sieht eigentlich schon, was man machen muss. Man legt sich dahin. Okay. Und versuch mal vorne. Ja, klar. Und dann musst du die Gewichte hier nehmen und ab. Runter, wieder hoch. Und das halt in verschiedenen Sätzen. So hoch wie du willst. Okay? Aber aufpassen. So. Hier kannst du die Gewichte feinladen. Es sind genug Gewichte, aber ich kann das hin nochmal zurückzuwischen. So. Das ist für's Fit-Up. Weißt du, was du da hast? Nö. So. Das ist für's Fit-Up. Wir brauchen das hin. Du legst dich hin. Kommst drauf. Und wieder runter. Du kannst das nur an Sätzen machen, okay? Ich muss weitermachen, wenn du Hilfe brauchst. Also es war besonders offen. Ja... Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018